Was ein Spieltag. Ich bin zwar noch Erster, aber Leverkusen hat sich nur hinten reingestellt. Was soll sowas? Bayern. Ich habe gegen Dortmund 2 zu 0 geführt und dann noch verloren. Also wenn es bei jemandem schlecht lief, der Spieltag, dann ja wohl bei mir. Hast du Lust, was trinken zu gehen? Jo, das machen wir. Servus. Hi. Was wollt ihr hier? Können wir rein? Heute ist geschlossene Gesellschaft. Was? Nur für Vereine, die einen harten Tag hinter sich haben. Ich habe eine 2-0-Führung verspielt und das gegen Dortmund. Also ich darf ja wohl rein. Oh, okay, Bochum. Du kannst schreien. Spannend auf die Musik. Läuft drin Ballermann-Musik? Danke. Bier steht in der Einbauküche, wenn du vom Job nach Hause kommst. Bier plant keine Pärchen treffen und spielt auch nicht Tabu. Bier beschwert sich nicht, wenn du am Tresen stehst. Es stellt sich mit dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall Like und Abo da. Ich sage vielen lieben Dank an Atzebauer und die Band mit Witz. Leute, das ist wohl die bunteste und lustigste Band, die es auf Social Media gibt. Schaut auf jeden Fall vorbei. Danke für den Bier-Song und dass ich ihn verwenden durfte. Ganz liebe Grüße gehen an der Stelle raus. Und Leute, egal wie das Spiel ausgeht, bleibt immer sportlich, auch in den Kommentaren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Turanimo ist da und wir geben weiter Gas.